Hallo und herzlich willkommen Leute, wir haben Chavals Rüstung von Deinem, ach ist das nicht geil, Mann. Ich finde es so cool, einfach, es geht nichts mehr drauf, Mann. Die Rüstung wollte ich schon immer haben, Mann. Das ist einfach so Hammer. Und ja, wir rennen hier weiter durchs Schloss noch, aber erstmal muss ich kurz angeben, mit meiner geilen Rüstung. Neyward läuft, Digga. You really are on the Jugga, okay, das ist gut. Nicht Uf, Steiger, haben wir auch keine Punkte für Waffenverstärken. Okay, eigentlich haben wir echt keinen Grund, uns jetzt weiter zu skillen auf Dings, auf... Oha, Drachenstein brauchen wir dafür, Alter, Drachenstein, Mann. Wie teuer ist es abzugreifen? Ähm, ne, was, worauf wohl hinaus? Hab's vergessen. Ich bin gerade so fasziniert von unserer tollen Rüstung, Mann. Okay, ah genau, es macht wahrscheinlich eigentlich keinen Sinn, ähm, hier auf Stärke weiter zu skillen, weil so viel besser ist das Schild nicht, oder? Das ist, oh mein Gott, das ist so viel besser, ich will das haben, Mann. Ich will das Bild haben. Was wird überhaupt noch bewegen können, Mann? Okay, wir müssen die Peniskeule wegtun. Übrigens, das hier ist die Peniskeule, ja. Wir nehmen unsere krude Axt. Die macht mehr Schaden. So. Solange wir die Peniskeule noch nicht upgradet haben. Wir könnten sie halt upgraden, aber... Sau teuer. Ich höre Schritte. Das war nicht unsere Schritte. Hier läuft irgendjemand. Da. Hey, wo kommst du denn her? Ach so. Stimmt. Du musst sterben, Alter. Ziemlich hart. So. Niemand legt sich mit Havel the Rock an. Ich hab sogar ein Steinschild. Hehe. Nicht dein Ernst. Ich hasse die Viecher voll. Das ist nämlich gefährlich. Mit denen sollte man nicht... Also mit denen ist nicht zu spaßen. Ich weiß, da ist noch eine Kiste, aber... Da vorne ist auch ein fetter Magier. Äh, nicht Magier. Ein fetter Retro. The Napend. Kann ich auch, Mann. Soll ich dich mal mit meinem Schild hauen, hä? Guck mal hier. Ist nicht so schön, ne? Macht keinen Spaß, oder? Ja, ich weiß, wie es mir geht, Mann. So. Ähm. Das Schild nehme ich mal weg, weil wir haben eh schon kaum Ausdauer. Vor allem nicht mit so einer fetten Rüstung. Das zieht ziemlich an unsere Ausdauer-Regeneration. Und ja. Eine fette Rüstung... Huh. Was war das? Äh. Eine fette Rüstung zieht an der Ausdauer. Aber man hat dann... Eine niedrigere Ausdauer-Regeneration. Und ja. Wie gesagt. Wir sind eh schon viel zu fett eigentlich. Wo sind wir? Ah, hier. Ja, okay. Da müssen wir gleich runter. Okay, müssen nicht, aber können. Hast du wieder einen Ritter gehört? Okay, da können wir gar nicht lang. Hm. Ich hab... Schwellen. Da läuft gleich irgendeiner wieder hier hoch. Nicht noch eine, Mann. Guckst immer gut zuerst auf die Kisten drauf zu hauen. Einfach so sicher als halber. Silbermünze. Super. Schwarzschuld, die Marmauer, die Silbermünze haben. Wo geht's hier hin? Oh, hey, dude. Was up, bro? Oh, Mann. Ich hasse diesen Angriff. Was? Willst du eigentlich, Alter? Muss mich mal kurz heilen, ne? Bleib mal da stehen. Wie? Ist das irgendwie ein Hacker oder so? Bam. Guck mal, da ist ein Magier. Ich hab voll keine Lust, gegen den zu kämpfen. Hallo, Magier. Oh, was haben wir hier? Heldenseele. Cool. Erstmal heilen. Okay, doch, wir kämpfen später gegen den, weil... ... es ist immer gut, Gegner Platz zu machen. Man sollte jeden Gegner mindestens einmal getötet haben. Und da gehen wir jetzt dann gleich runter, oder? Ja, als nächstes. Ähm, wir müssen halt erstmal hier vorne durchgehen. Es ist so verwirrend hier. Oh ja, da will jemand durch die Tür laufen. Nö, nicht mit mir. Tja, die Tür können wir eh nicht öffnen. Hm, erstmal den Tisch hier weghauen. Achtung, vor die Ritter. Ich weiß, oh Mann, du bist voll der Spielverderber. Ich mein, man sieht ja nicht gratis, wer jemand steht, ne? Pariert. Hä, wie sollen wir Schaden bekommen, wenn ich pariert hab? Das freut mich nicht. Bleib tot. Okay, warf. Leg dich nicht mit mir an, denn ich bin Havill the Rock. Havill the Rock, Johnson. Spaß. Ha, ha. Edgy Badge. Hoffentlich schießt der andere jetzt nicht auf mich. Pariert. Wer für einen Schlag von dem Ding fast alles tötet. Zeig mir, was du kannst. Show me what you got. Boah, ich hasse diesen Angriff. Soll ich dich mal hauen? Ja. Was jetzt? Was jetzt? Achtsch. Weißt du, die Ritter hier sind so unfreundlich. Ich höre schon wieder irgendwo Ritter laufen, Mann Ich muss immer gucken Ich weiß nämlich nicht mehr, ob hier irgendwo Loot ist Also, wir müssen eigentlich jetzt da runter gehen Aber ich will vorher noch eine Abkürzung freischalten, deswegen Pass auf, Trübsal Wie? Warum Trübsal? Komm, hier durch? Boah, sieht cool aus Okay, wir müssen erstmal kurz auch hier vorne laufen, so Praise the sun Nee, das ist anders Hab ich das überhaupt schon? Ich glaube nicht Nee, hab ich nicht Dann machen wir halt das hier Wöö, was läuft, ey Ich bin Heaven the Rock, Junge Meh, egal Oh, yeah Ich glaube, wir fettrollen jetzt noch durch die Gegend Ich frage mich gerade, ob wir Harvels Ring abnehmen können ohne Schnell können wir nicht Ja, wenn wir den Ring abnehmen, dann können wir bewegen vergessen Dann ist nichts mit bewegen Es ist bestimmt heavy, wenn wir jetzt von irgendwo runterspringen und jemand auf den Kopf Hey, was läuft? Moin, Siegmeier Hey, meine Rüstung ist sicher als deine Beachte mich Ah, Julian, lass mich猜 Wann hast du durch die Silberknüte? Ah, nicht schuldig Es ist ein falscher Vanguard, wie du und ich Ich denke an etwas Ich finde es gut Ich finde es gut Ich finde es gut Es ist ziemlich ein Fisch Wir brauchen noch drei Nein, vielleicht fünf Hm, ziemlich ein Fisch Es ist ziemlich ein Fisch Es ist doch gar nicht schwer Es ist ziemlich ein Fisch Wir brauchen noch ein Fisch Ach, du Sack Wenn sie uns jetzt mal gleich das Schild so weghaut Freut mich nicht Das ist irgendwie kacke Pariert Also bitte, ja, du kackdurst Hier lade ich mich nicht nochmal verarschen Ich finde es lustiger, so einen Kampf anzufangen Oh, mit dem Angriff hab ich nicht gerechnet Oh mein Gott, ich hasse diesen Angriff Oh, kackwurst Hast du jetzt davon? Kannst mich nicht jedes Mal so behindert mit dem Schild schlagen? Ich weiß, ihr seid die all diese Person, aber trotzdem Aber trotzdem Und einfach sich jetzt halber wieder Ich wusste sogar, dass die Truhe hier gesichert ist, aber einfach nur, damit ihr es lernt Dämonen-Titanit, Junge Cool Kommt, du wickst frei, Digga Komm mit Oho, was ist auf deinem Geist, Freund? Warte Du hast diese Monster geklärt, fantastisch Ich bin verabschiedet Diese Nacht von Katarina Hierbei Kommt, du Take this As a token of my gratitude Dankeschön Er ist wahrscheinlich hier durch scheiß Fenster geklettert, oder? Schon eine geile Aktion von ihm Aber ich bin bemerkt Galantie enthält große Risiken Nächste Mal Gib mir einen Moment Okay, nächstes Mal bist du dran Nächste Mal, dass du dir was ausdenken Ich würde euch ganz gerne den Ring nehmen, der die Ausdauerregeneration verstärkt Aber Ja, das Problem wäre dann halt Äh, dass ich halt Ding ins Moment, ne? Ganz genau Äh, ne, dass ich dann Äh, ja, weniger Sachen finde Weil ich hab ja den Schlangenring Aktiv Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass unsere Gegner was droppen lassen Und das ist mir schon ziemlich wichtig Denn Loot ist mir wichtig, Leute Merkt euch das So, wie ist Soul Air eigentlich hierher gekommen? Was ist hier? Schwäche Feuer Ja, das wollen wir nochmal direkt testen, oder? Hä? Passiert nix Soll wahrscheinlich ein Witz sein Was meint das hier? Sackgasse Nicht dein Ernst Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Dass das eine Sackgasse ist, du Wer kommt denn da schon drauf? Reicht das? Ne, das reicht nicht Ich sollte mir mal die Zahlen merken, bevor ich Dann meine Serien benutze und mich wieder ins Lagerfeuer setze Leuchtfeuer, Entschuldigung Ich sag ihm hier gerne Leuchtfeuer Äh, Lagerfeuer Doppelte mehr entschlicht Gott benutzen, ey Brauch nämlich mehr Estus Flasks Erstmal Auffüllung umkehren Und dann Durchbrief Gedrag Dadurch Die Bad Davon Geräusche Del Die V illustrates Fr vom El K kann ich mir das leuchtfeuer ich hasse dass das passiert komm schon nach mann bis gleich wieder oder weiß was wir beenden die folge jetzt hier bis zum nächsten mal tschüss